Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ich habe gerade ein Infovideo aufgenommen. Dabei hat sich herausgestellt, dass hier jemand krank ist. Sie haben einen kranken Dinosaurier. Zeit, ihn zu behandeln. Sonst tragen sie auch die Verantwortung für das, was danach kommen sollte. Okay. Ähm, wir wollen nicht, dass Winn 2.0 stirbt. Äh, Ranger-Station. Ranger-Team 1. Aufgabe hinzufügen. Kein Problem. Anfrage bestätigt. Okay. Wir wollen ja nicht, dass, ähm, dass Winn 2.0 auch stirbt. Wie gesagt, ihr habt immer noch die Möglichkeit, äh, mir dann mal in die Kommentare zu schreiben, wer, wie ich die, die verschiedenen Dinos nennen soll. Ah, jetzt trinkt der doofen, doofkopf natürlich. Es hat jedenfalls Potenzial. Hat es nicht. Okay, wir können das jetzt, ähm, selber machen. Wie gemacht hat das denn? Machen die das von alleine? Es ist erkältet. Hat da Männer? Ähm. Das mit dem Treffen ist jetzt nicht so euer Ding, hab ich das Gefühl. Alter. Jetzt hat er getroffen. Okay, er heilt. Okay, sehr gut. Sehr, sehr gut. Da füllen sie mal noch auf. Na, gucken wir mal, ob war... Na? Hast du noch Dost, mein Junge? Anscheinend nicht. Ich hoffe, der bleibt ja da stehen. Das ist uns immer nervig da. Okay, lassen sie vier Dinosaurier frei. Gut, dann brüten wir mal aus. Den haben wir noch nicht. Dann würde ich sagen, holen wir uns noch so ein. Ausbrüten. Und holen wir uns noch einen Trike. Ausbrüten. Bleib doch hier. Ich möchte, dass du hier bleibst. Obwohl, wenn ich gleich... Ähm... Wenn gleich die neuen Dinos kommen... Was ist denn hier mit der... Mit... Genau. Ich muss... Drago brauche ich. Edmund... Drago rex. Ähm... Boop. D-d-d-dim. Weil der rennt ja sofort zum Wasser. Ich weiß natürlich jetzt noch nicht, wie ich ihn nennen soll. Ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll. Ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll. Hm. Weiner überfahren. Jetzt trink doch mal. Oh dein... jetzt trink machen wir noch so einen muss ich den treiben hey ruhig dich da kannst du raus ach du bist so dumm du bist so dumm ja er trinkt er trinkt er trinkt nein er trinkt nicht komm geht zum wasser du bist so dumm ja er ist so dumm ja er ist so dumm ja er ist so dumm es ist scheiße dass die immer wieder in ihre base zurückkehren wollen das ist kacke ich weiß nicht was ich machen soll ich will doch nur dass du trinkst du doofer kann doch nicht so schwer sein oh 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 Es macht mich gerade ein bisschen fertig, Leute. Ich kann hier leider auch nicht weiter raus, aber ich habe ja alle drei hier im Blick. Jetzt habe ich nur drei von diesen Viechern hier. Ach, da hinten trinkt Anna. Was denn? Jetzt trinkt! Komm. Komm. Jaaaa. Gibt nicht viel Geld, aber... Sie haben ein Auge für Bildkomposition. So, dann kommt Leute hier, Aufgabe hinzufügen. Reagiere auf Nachschubanträge. Und hier bei ihm noch. Wie sieht denn dein Hunger aus? Ja, geht ja. Okay. Ähm, dann holen wir uns mal neuen Auftrag. Aufträge. Neuer Auftrag. Neuen Auftrag anfordern. Drei Worte. Auftrag. Sie. Ja. Weniger als eine Minute gewinnen zu den Finanzen. Wieviel brauchte ich für den Auftrag? 175.000 pro. Soooo. Steigt, das steigt aber auch. Waren schon bei 125 eben. Jetzt glaub doch mal woanders lang, du scheiß Dino. Mach dich grad echt fertig. Ach komm, scheiß drauf. Das kann man nachher noch machen, wenn der nächste... Gut, wir brauchen den Draco. Ähm, bop, 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 das war aber hier. Äh, Expeditionskarte ansehen. Da ist auch noch einen, den wir uns holen müssen. Können wir uns denn noch ein zweites Expeditionsteam holen? Hm. Keine Ahnung. Äh, ich würd mal sagen, wir bauen mal noch hier eine zweite. Futterstation. Wie sieht denn die Futterstation aus? Neun von zehn. Ja, einfach nur als Vorsichtshastnahme will ich hier noch eine zweite Futterstation hinhaben. So, guck mal, wir nehmen da auch zu. Äh, warte mal, wir können da noch mehr Aufträge annehmen. Ähm, Aufträge, neuen Auftrag anfordern. Komm, wir brauchen ein bisschen mehr Geld. Sie haben kürzlich gute Arbeit geleistet. Darum weiß ich, dass Sie für den Auftrag geeignet sind. Okay, dafür brauchen wir aber ein Tragorex-Ei. Hier sind wir, wir, uns fehlen noch. 42%. Ähm, dann würd ich sagen, dann forschen wir mal ein bisschen. Das heißt, äh, was hat man hier? Tragorex. Ach, ne, wir haben doch hier. Was sag ich denn? Ach, scheiße. Hab ich ja nicht aufgepasst. Ich hab die noch nicht erforscht gehabt. Ähm, Forschung. Ingen-Darkenbank, Forschung. Okay, da haben wir noch nix. Ähm, genetische Forschung. Okay. Wollen wir erstmal Gebäude-Upgrade gehen? Strom. Das ist okay. So, können wir noch irgendwas machen? Nee. Gebäude, null Gegenstände verfügbar. Medizinische Behandlung. Okay, ich habe nicht... Okay. Wir fehlen... Ich hab nur ein Forschungsteam. Kann ich nicht bauen? Ah, ich kann ihn bauen. Komm, wir machen ihn mal noch ein bisschen böser. Was haben wir hier? Genau. Ähm, ich hoffe, der verträgt sich dann nur mit... Basti. Ich hoffe, der verträgt sich dann nur mit dem Basti. die... 38%. Ich würde sagen, ähm... Und dann machen wir mal gleich die nächste Expedition. Sind die schon wieder da? Ja. Dann holen wir uns mal diesen hier drüben. Die Sauja kann freigelassen werden. Sie haben den Auftrag mehr als nur erledigt. Ich weiß. Okay, dann lassen wir ihn mal frei. Das ist so ein kleiner... Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ist das... Aber Dracorex klingt ja so ein bisschen nach Fleischfresser. Wir müssen mal... Wir müssen mal... Guck mal, der sieht aus wie ein Drache und wie ein Rex. Heil dem Drachenkönig. Der Dracorex klingt beängstigend. Ach so, ist doch nur... Ah, alles klar, ist doch nur ein Pflanzenfresser. Wenn wir mal wieder die Welt beherrschen, verraten Sie denen bitte nicht, dass ich das gesagt habe. Okay, wir haben eine Forschung. Okay, jetzt klappt das nämlich auch mit dem Geld. Dann können wir das alles... Okay, dann haben wir den Zaun jetzt leider umsonst gebaut. Dann müssen wir den wieder abreißen. So, ähm, b-b-b-b-b, acht Millionen haben wir auch schon fast voll. Gucken wir mal, nächsten... Ich will mal, ähm, noch ein bisschen... B-b-b-b-b... Ich habe ein Angebot erhalten, das der Wissenschaftsabteilung und auch Ihnen definitiv weiterhelfen wird. Das haben wir ja eh vor. Ähm, b-b-b-b-b-b... 160.000, das haben wir auch schon bald. Fossilzentrum... Wann sehen. Ich glaube, verkaufen. Ähm, was wollte ich machen? Genau, Forschung. Fossilien, Forschung. Da... Didim... Expeditionskarte ansehen. Hat er denn jetzt was schon... Ah, er hat schon was zurückgebracht. Ich warte mal, weil das könnte schon ein Jackpot sein. Das war's.